Das Turnier beginnt heute Abend und wir werden wieder viele nette Gespräche haben, viele Kontakte knüpfen können und insoweit ist natürlich auch für einen Sponsor oder für einen Partner von großer Bedeutung. Das ist ja auch das Tolle für Golf, wo die Sponsoren, die Partner sehr nah, sehr eng an die Athleten, an die Spielerinnen rankommen. Also es ist extrem wichtig, dass es kreiert diese neue Atmosphäre, die man dann hoffentlich über die ganze Woche haben kann. Ich bin sehr dankbar, dass sie diese Nacht hosten und ich bin sehr begeistert. Und heute, um die Leute aus Deutschland zu kennen, dieser Stadt und auch aus den Golfkursen und den Assoziations, die von uns zu bemerken, ist sehr begeistert. Das ist natürlich ganz cool, also gerade jetzt natürlich in Deutschland zu Hause sind natürlich wahnsinnig viele Leute hier, die ich auch lange nicht gesehen habe und da freue mich auf jeden Fall, bekannte Gesichter zu sehen. Also mir macht es mega viel Spaß, also ich freue mich immer, wenn ich pro Arm spielen kann. Es ist ein bisschen so zum Auflockern noch, es ist nicht so ernst und dann so kurz vor dem Knie kann man auch ein bisschen Spaß haben. Für uns ist es eine Möglichkeit, die Menschen, die hinter uns sind, die uns zu bemerken, die unsere Lebensstil zu unterstützen. Also für mich ist es eine Möglichkeit, uns zu bedanken und einen schönen Golf-Day mit ihnen zu bemerken. Die Gruppe ist super, wir haben einen super Flight. Also unsere Poette ist mega nett, sie erzählt uns viel und sie ist so ganz nahbar. Man denkt ja immer, die sind dann super konzentriert, aber sie ist super süß und ja auch der restliche Flight. Die Jungs sind super, ich streife die ein bisschen ab. Ich stehe hier mit Matfried Buschotzke von der Allianz, mit dem ich heute spielen darf. Und in der Teamwertung sind wir ganz weit vorne gerade, zwar nur fünf Löcher gespielt oder so, aber schon stark. Die Allianz müssen sich warm anziehen, aber unsere starken Löcher kommen ja erst noch. Ja genau, also macht euch etwas gefasst. Ja, es ist überragend. Also ich meine, wir haben natürlich riesig Glück mit dem Wetter. Es ist wunderschön, den Nachmittag hier zu verbringen auf einem fantastischen Golfplatz, mit den Mädels zu spielen. Es ist auch beeindruckend, wie die die Welle treffen und hier ein paar nach dem anderen spielen oder auch Birdies. Es macht sehr viel Spaß.